Becketts Tagebuch November 2026 Aufnahme beginnt. Becket, du bist Florian Draganitsch und warst Ghul von Ljetschnik. Florian, das ist wahr. Becket, was kannst du mir was Ende deines früheren Herren sagen? Fremde Stimme, du darfst Auskunft geben. Florian, vier Blutsverwandte suchten uns auf mit einer Bitte des Prinzen an Ljetschnik. Er nahm diese Bitte an und sie brachten einen Ljetschnik sofort und einen weiteren Ljetschnik im Verlauf der Nacht. Beide suchte er in den folgenden Nächten intensiv. Am Ende der zweiten Nacht verließ er sein Behandlungszimmer nicht mehr. In der dritten Nacht zwangen mich die Blutsverwandten sie einzulassen. Sie fanden ihn vernichtet vor. Becket, beschreib mir seine Überreste. Florian, es wirkt als wäre er... ...eingeschlafen. Ich habe ihn noch nie zuvor so gesehen, selbst wenn ihn der Morgen in seinem Behandlungszimmer überrascht hat. Sie haben daraufhin das Haus durchsucht, aber einen Eindruck nach nicht gefunden, was sie gesucht haben. Becket, weißt du, was danach passiert ist? Florian, man sagt, sie wurde unter Hausarrest gestellt. Ich würde daraufhin an... Fremde Stimme, der Gefallen ist damit beglichen. Becket, was in der folgenden Nacht geschah, ist euch nicht bekannt? Fremde Stimme, nicht mehr als alle wissen. Ende der Aufnahme. Disclaimer. Das nachfolgende Rollenspiel richtet sich an Erwachsenen. Es kann Darstellung und Beschreibung von Gewalt und Sexualität enthalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, du schlägst nach ihr, setzt aber dabei den letzten Fuß gerade so nicht hoch genug an der Treppe, stolperst und fällst quasi auf die Knie, schlägst Waage nach ihr und jetzt müssen wir nur einen Schritt zurück machen, um aus der Reichweite zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, du schlägst nach ihr, seitdem